Es ist einfach ein Wurst, du weißt ja Udo Neuenberg und wir haben Kooperationen. Als er hörte Udo kommt nach Paderborn, Udo sitzt in Hamburg, war ich bei Udo und dann habe ich gesagt, du hast mir ein schönes Geschenk für den neuen Erzbischof und Panik, Udo grüßt jetzt den Erzbischof Udo. Und er sagt, hier zum Aufbruch ein Wurst, no Panik, Freunde des Aufbruchs. Klasse, also ich bin begeistert. Es ist natürlich irgendwie schon witzig, mit dieser Namensbrücke und das ist natürlich auch schön.